Wenn man Geschwindigkeit aufbaut, fällt es meistens leicht, die starke Hand zu entwickeln. Für eine relativ lange Zeit kann man relativ schnell aufbauen, ist natürlich auch ein bisschen Equipment abhängig. Bei mir ist es so, ich spiele die Wic-Wurf Metal-End-Sticks, also ziemlich schwer. Warum? Es macht ja eigentlich Sinn eher leichte Sticks zu nehmen, um schnell zu spielen, weil das weniger Gewicht, was man rumschleppt, ist aber meistens so, zumindest bei mir, jede Hand ist anders anatomisch, das Gewicht arbeitet für einen, also ruhig fährt es, wer jetzt viel Blowspeats oder sowas spielt, auch mal schwere Sticks probieren. Das Problem ist ja eigentlich eher die linke Hand, die ist bei den Rechtshänden meistens nicht so stark entwickelt. Was kann man jetzt machen? Man will ja einerseits die rechte bisschen entlasten, wenn die rechte entlastet wird, was macht man mit der linken? Ich habe dann angefangen mal zu überlegen, vielleicht kannst du irgendwelche Modements nutzen oder irgendwelche Patterns, um vielleicht mit der rechten mal pausieren zu können, ohne aber die Achtel groß zu unterbrechen. Ein kleines Beispiel wäre dieser, ich sag mal Blowspeat, den ihr jetzt hier und da mal gehört habt. noch mal langsam gespielt, was habe ich gemacht? Drei Schläge gehen eigentlich immer, auch relativ schnell. Das schafft auch die meist schwächere Linke. Es gibt ja auch so Techniken wie die Moller Strokes, wo im Prinzip mit einer Bewegung des Handgelenks drei Schläge abgedeckt werden. Habt ihr vielleicht auf Youtube oder so schon mal gesehen. Es entsteht eine Art Wellenbewegung, das heißt die drei Schläge kriegt man eigentlich immerhin auch relativ schnell. Passiert relativ viel mit dem Handgelenk. Man hat natürlich eine Lücke, man braucht ja vier Schläge, wir haben drei. Macht es einfach Sinn, vielleicht mit der rechten, die hat ja die ganze Zeit schon geballert. Den einen Schlag trauen wir ihr auch in der Ruhephase mal zu. Ich spiele jetzt mal mit der linken Hand auf dem Top die drei Noten, dass ihr nochmal seht, wie die Platzierungen da sind von den einzelnen Schlägen. Um die Betonungen trotzdem auf rechts zu halten, muss man mit zwei linken Schlägen anfangen. Dann hat man quasi diesen Lauf. Die rechte Hand spielt aber zwei Noten. Einmal die Lücke auf der Snare, die durch diese drei Schläge mit links nicht abgedeckt werden. Und dann nochmal eine Note auf dem Becken. Einfach, dass wir noch ein bisschen im Teppich irgendwas legen können, dass das nicht ganz so nackig klingt. Noch einmal, dass ihr es nochmal seht. Ich verschiebe die Betonung jetzt einfach mal auf dem Offbeat. Klingt ein bisschen interessanter. Um den Akzent zu wechseln, habe ich jetzt relativ stupide einfach nur mit vier Schlägen auf der Snare, also rechts links rechts links aufgefüllt, um die Betonung zu verschieben. Kann man auch ein bisschen interessanter machen. So zum Beispiel. So zum Beispiel solche Elemente mit reinnehmen, hat noch ein bisschen mehr Abwechslung drin. Dann nochmal ein Wechsel, normale Blastspeeds. Und dann haben wir diese, um die Rechte ein bisschen auszuruhen, übernimmt eben mal die linke Dreiviertel der Schläge. So, ich habe vorhin was erzählt von Triolen, die relativ interessant werden. Einfach weil die bei 270 oder so eine Geschwindigkeit reichen, die ganz gut schiebt. Aber nicht so schnell ist wie die Achtel, die wir zum Beispiel spielen müssen mit der Snare. Also man hat quasi eine Ruhephase und schiebt trotzdem ein bisschen. Darum geht es ja meistens in dem Bereich um zu schieben, um Druck auszuüben. Kleines Beispiel. Ich spiele jetzt einfach mal nach und nachher weg verschiedene Möglichkeiten, was man jetzt an Findings machen kann, um euch so ein bisschen zu inspirieren. Ich habe das auch nicht zu skünen. Ich bin nicht zu spüren, was man jetzt geht es so ein bisschen zu schieben. Ich habe das auch nicht zu schieben. Neuerl ist das eine Ruhephase, weil machbar noch eine Ruhephase oder nicht zu schieben. Geht mal die Krise. Ich spiele jetzt. Ich mache das eine Ruhephase. Dieses Mal. Sieár Jos, das ist jetzt zum Beispiel eine Ruhephase. Ja, alles mit Triolen abgedeckt, schiebt, strengt aber so sehr nicht an, wunderbar, ein Blastbeet unterbrechen, schönes Filmen gemacht, sich ein bisschen ausgeruht, kann es weiter gehen, das Ganze kann man auch so ein bisschen zum Blastbeet umwandeln. Auch wieder etwas Kreatives, die Geschwindigkeit bleibt, sind da so, keine Ahnung, 270, hat da wieder ein bisschen was, was auch ganz cool aussieht, so auf der Bühne, so ein bisschen was mit Crossover-Sacken, kleine Details, in den Blastbeet einarbeiten kann man auch ganz gut mit links. Das gibt meistens eigentlich dann die Gitarre vor, wo sich sowas anbietet, sowas reinzumachen. Bis zum nächsten Mal.